Nummer 1 Hier spricht der automatische Anrufbeantworter der Praxis Dr. Neumann. Wegen des Umzugs unserer Praxis in den zweiten Stock sind wir erst wieder ab dem 26. Juli telefonisch erreichbar. In dringenden Fällen wählen Sie bitte die Nummer des ärztlichen Notdienstes 19292. Für Termine zur Krankengymnastik in den nächsten 14 Tagen wählen Sie bitte die Nummer 0160 322 1320. Und noch ein Hinweis. Auch nach dem Umzug der Praxis bleibt unsere Telefonnummer unverändert. 069 45 77 32 Nummer 2 Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Volkshochschule Frankfurt Höchst, Sprachenberatung. Im Augenblick ist unser Telefon leider nicht besetzt. Die Sprachenberatung hat montags von 13 bis 18 Uhr und mittwochs von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Wenn Sie einen Sprachkurs besuchen möchten, müssen Sie vorher in die Beratung kommen, damit wir für Sie den besten Kurs finden können. Informationen zu anderen Kursen an der Volkshochschule erhalten Sie unter der Nummer 212 71555. Vielen Dank! Nummer 3 Guten Tag, Frau Kim. Hier Lahmeyer von City Immobilien. Frau Kim, wir haben vielleicht ein Angebot für Sie. Zwar nicht eine Zweizimmerwohnung mit Balkon, wie Sie eigentlich suchen, sondern eine Dreizimmerwohnung. Sie ist sehr günstig. 420 Euro warm. Hat allerdings leider keinen Balkon. Setzen Sie sich doch schnell mit uns in Verbindung, wenn Sie die Wohnung besichtigen wollen. Bling Nummer 4 Guten Morgen, Herr Busidi. Hier ist die Firma Torelektrik. Leider können wir nicht, wie vereinbart, heute Mittag um 13 Uhr Ihren Gasherd anschließen. Wir können erst zwischen 17 und 19 Uhr kommen. Jetzt sind Sie nicht zu Hause. Wenn Sie diesen Anruf abhören, melden Sie sich doch bitte noch einmal bei uns, ob 17 bis 19 Uhr in Ordnung ist. Unsere Telefonnummer ist 5 4 6 6 3 2 1. Vielen Dank für Ihr Verständnis und auf Wiederhören. Ende von Teil 1 Und dann geht's.